So, und damit kommen wir dann auch zum Ausblick bzw. zum Abschluss von dieser Veranstaltung zur evolutorischen Wachstumstheorie. Ich möchte mal anfangen mit einer Zusammenfassung von dem, was wir uns heute angeguckt haben. Wir haben gestartet mit ein paar Vorbemerkungen zur evolutorischen Ökonomik als Ganzen, was in dem Sinne, finde ich, angemessen ist, weil es gemeinsam mit dem Postkanzianismus mit Sicherheit als die größte heterodoxe Schule in der Ökonomik gelten kann und sich einfach von dem euch vielleicht schon ein bisschen bekannteren Keynesianismus doch in vielen Dingen stark unterscheidet. Wir können hier unterscheiden zwischen einer eher institutionellen und einer evolutorischen Ausprägung der evolutorischen Ökonomik, wobei beim einen das Ganze eher soziologisch orientiert ist, man vor allem auf die Evolution von Institutionen und Routinen innerhalb der Gesellschaft sich fokussiert, in dem anderen Bereich vor allem auf die Dynamiken technologischen Wandels, Innovationen. Beide sind aber geeint durch ihr gemeinsames Akteursbild. Die Anlehnung an die Biologie, den Konzepte aus der Biologie, an die Ablehnung von optimierenden und rationalen Hominis Ökonomiki und vor allem auch ihre Ablehnung des Gleichgewichtskonzepts und damit unterscheiden sie sich natürlich auch fundamental von dem herrschenden Ansatz in der Ökonomie. Da, wo dort eben der Homo Ökonomicus regiert und als Akteursbild gemeinhin anerkannt ist, also tritt hier in der Evolutorik ein beschränkt rationales Individuen, was sich echter Unsicherheit aussieht, in dem es gar nicht optimieren könnte in diesem Kontext, deswegen verwendet es sozusagen Routinen, Heuristiken, es orientiert sich an Institutionen und sozialen Regeln, um in diesen Kontexten entscheiden zu können. Und an die Stelle des Gleichgewichtskonzepts, was wir auch in der Keynesianischen Ökonomik häufig verwendet haben, tritt eben hier diese Idee der ökonomischen Selektion, Trial and Error, Mutation, neue Dinge werden ausprobiert, man guckt, wie sie sich in einem Kontext, was eben nach Leistung selektiert, sich erfolgreiche Routinen ausbreiten, weniger erfolgreiche aussterben. Dieses mechanismenbasierte Denken ersetzt so ein bisschen diese a priori Gleichgewichtsannahme aus den anderen Schulen. Wir haben das illustriert, wie das in einem konkreten Beispiel angewandt auf Wachstum aussehen kann, anhand vom ersten evolutorischen Wachstumsmodell, was durch Nelson und Winter im gemeinsamen Buch entwickelt wurde, was ich sehr empfehlen kann. Der theoretische Ausgangspunkt für dieses Nelson-Winter-Modell und dieses Nelson-Winter-Buch ist das Solo-Wachstumsmodell. Das Vorgehen von Nelson und Winter war, dass sie gesagt haben, so was die deskriptive Output-Validierung angeht, ist das Solo-Wachstumsmodell der empirische Benchmark. Wir wollen Neues entwickeln, was da genauso in diesem Kontext performt auf der Makroebene wie das Solo-Modell. Allerdings wollen wir quasi die zugrunde liegenden Mechanismen und Prozesse realistischer abbilden. Entsprechend ist das Modell vom rein makroökonomischen Output genauso wie das Solo-Span-Modell. Allerdings sind die Prozesse eben fundamental unterschiedlich und der Scope des Modells ist deutlich breiter, weil es eben auch die Mikro- und Meso-Ebene mit betrachtet. Wir haben auch kennengelernt, dass diese Unzufriedenheit mit dem Solo-Modell nicht nur zur Entwicklung der evolutorischen Wachstumstheorie geführt hat, sondern auch zur endogenen Wachstumstheorie. Also man könnte jetzt sagen, das orthodoxe Pendant zur Evolutorik ist die endogene Wachstumstheorie, zumindest auf Makroebene. Da funktioniert es aber ganz anders. Wir haben da eine Population von Nutzen maximierenden Individuen, Haushalten. Eingebettet das Ganze in das neoklassische Idee von Maximization from Equilibrium Approach, also wo man eigentlich die Makro sozusagen auf die neoklassische Mikro aufbaut. Im Nelson-Winter-Modell starten wir mit einer Population heterogener Firmen, die dadurch dargestellt sind, dass sie durch heterogene Routinen operieren. Hauptroutinen hier im Kontext waren Produktionsroutinen. Die Firmen haben eine Ausstattung von Kapitalgütern, die ihre Größe bestimmen und sie stellen dann Arbeiterinnen ein, um gemäß der Produktionstechniken, die sie verwenden, sie versuchen ihren Profit zu maximieren, wobei maximieren hier eigentlich eher das falsche Wort ist, sie versuchen ihren Profit möglichst hoch zu bekommen. Das heißt, man spricht im Englischen hat man diese schöne Unterscheidung, die man im Deutschen so nicht hat. Man hat Profit-Seeking Firms. Man hat keine Profit-Maximizing Firms, weil das Maximieren in so einem unsicheren Kontext gar nicht geht, sondern Profit-Seeking Firms. Also die Firmen versuchen immer möglichst viele Profite zu bekommen, aber sie können die Profite nicht maximieren, weil sie nur beschränkt rational sind. Sie sind satisfizierend, wenn sie mit ihrer Performance unzufrieden sind, durchsuchen sie den Technologieraum über lokale Suche und Innovationen. Firmen, die da erfolgreich sind, wachsen. Sie haben mehr Geld, was sie in ihren Kapitalstock investieren können. Das heißt, sie wachsen. Firmen, die weniger erfolgreich sind, schrumpfen. Das heißt, wir haben eine Selektion auf Firmenebene. Wir haben auch eine Selektion von Technologien, weil die Technologien, je nach ökonomischem Kontext, sich ausweiten oder eben nicht. Also, zum Beispiel eine Technologie, die wenig Arbeit braucht und viel Kapital wird von Firmen gewählt, wenn die Kontexte so sind, dass die Löhne hoch sind. Sie würde nicht gewählt werden, wenn die Löhne niedrig sind. Dann würde eine arbeitsintensivere Technologie präferiert werden. Das heißt, wir haben diese Doppelselektion in dem Modell. Im Ergebnis performt das Modell auf der Makroebene in Bezug auf die deskriptive Output-Validierung genauso gut wie das Solo-Modell, aber halt eben mit deutlich plausibleren Prozessen und vor allem mit Anschlussfähigkeit an die Mikroebene, an die Management-Literatur und das, was Nelson Winter gemacht hat, dass sie ihr Modell nicht nur mit der Makro-Zeitreihe evaluiert haben, sondern auch zum Beispiel die resultierende Größenverteilung der Firmen sich angeguckt haben. Diese Multi-Level-Validierung, die ist bis heute eigentlich charakteristisch für evolutorische Modelle. Vielleicht als Ausblick des Ganzen. Ein großer Teil der evolutorischen Ökonomik heute beschäftigt sich eben nicht nur mit Wachstumstheorie, sondern auch mit Dynamiken auf der Industrieebene und empirischer Innovationsforschung. Insgesamt kann man sagen, dass diese evolutorische Wachstumstheorie weitgehend aufgegangen ist im breiteren Feld der evolutorischen Wachstumsökonomik, der evolutorischen Makroökonomik. Warum? Weil man es hier geschafft hat, quasi diese langfristige Betrachtung ökonomischen Wachstums zu integrieren mit der Betrachtung von kurzfristigen Schwankungen. Also diese Unterscheidung zwischen Long-Term und Short-Term, wie wir ja häufiger schon mal angesprochen haben, die ist in der evolutorischen Ökonomik, jetzt zumindest in der evolutorischen Makroökonomik hat man es geschafft, das weitgehend zu integrieren, indem man sich der Methode der agentenbasierten Modellierung geordnet hat. Wir vertiefen dann es in Punkt 11. Da werden wir dann hier insbesondere als Beispiel dieses Modell hier uns angucken und das ist, zeigt hier, es ist ein endogenes Wachstumsmodell, also ein evolutorisches Modell endogenes Wachstums und Business Cycles. Das heißt, das ist genau das, was ich hier gemeint hatte. Es integriert eben eine langfristige und kurzfristige Betrachtung und es integriert auch ganz viel. Wir haben jetzt schon wieder mit den Keynes. Die Idee, die wir mitbekommen haben, jetzt in der letzten Session aus dem Keynesianischen Wachstumsmodell, wo es um Vaterabhängigkeit, Hysteries etc. geht, das alles, das spielt auch eine Rolle hier in diesem Modell und der evolutorischen Makroökonomik allgemein und das ist, denke ich, ein super spannender Bereich, in dem wir uns dann übernächstes Mal auseinandersetzen werden. Das nächste Mal schauen wir uns aber dann nochmal an, wie das Ganze im Mainstream gemacht wird. Da schauen wir uns nämlich an, zum einen für die kurzen Frist die Real-Business-Cycles-Modelle und deren Nachfolger die DSGE-Modelle, die sozusagen das, sag ich mal, das orthodoxe Pendant zu dieser Art der Modelle ist. Für heute können wir aber sagen, wir haben hier jetzt eines der wichtigsten Beiträge, glaube ich, des 20. Jahrhunderts in der ökonomischen Dogmen-Geschichte kennengelernt, dieses Nelson-Winter-Buch, was zentral ist für alles das, was heute oder vieles, was heute in der evolutorischen Ökonomik passiert und wiederum auch die Grundlage für viele weitere wichtige Beiträge in dem Bereich darstellt und ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen begeistern. Ihr fandet es interessant und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche mit einem ganz anderen Fokus, nämlich auf den ABC und DSG-Modellen. Bis dahin, schöne Woche und macht's gut! Vielen Dank!